Nachdenkseiten Die kritische Website Faktencheck der Faktenchecker Wie manipulativ ARD Faktenfinder versucht, Ganser, Giro und Krone Schmalz zu diffamieren Von Florian Warwick Der beitragsfinanzierte Faktenfinder der Tagesschau nimmt in seinem neuesten Stück den Schweizer Historiker und Publizisten Daniele Ganser, die deutsche Politikwissenschaftlerin Ulrike Giro sowie die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD Gabriele Krone Schmalz ins Visier Fragwürdig, minderwertig und abwegig sind nur einige der Vokabeln, die bei diesem hochtendenziösen Tagesschaubeitrag zur Anwendung kommen Die Nachdenkseiten unterziehen den Faktenfinderartikel einem Gegencheck zeigen Manipulationsmechanismen auf und schauen sich näher an was die Redakteure des Machwerks sowie die von ihnen präsentierten echten Experten tatsächlich an Fachwissen vorweisen Schon der Titel zeigt auf, wohin die Faktenfinderreise diesmal gehen soll Viel Aufmerksamkeit für fragwürdige Experten Fragwürdig ist ein in seiner heutigen Bedeutung explizit abwertend gemeinter Ausdruck Als Synonym gibt der Duden anrückig, verdächtig, zwielichtig an Mit Faktenfinder im Sinne des Findens und Aufbereitens von Fakten bei höchstmöglichem Bemühen um Objektivität und Unparteilichkeit im Sinne des Programmauftrags hat bereits die Überschrift so rein gar nichts zu tun Faktenfinderartikel verstößt gegen Staatsvertrag Rufen wir uns in diesem Zusammenhang nochmals den genauen diesbezüglichen Wortlaut im Staatsvertrag § 11 Absatz 2 in Erinnerung Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrages die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen Von der Einhaltung dieses Programmauftrags kann auch die Berechtigung des Rundfunkbeitrags abgeleitet werden Gerade auch den letzten Satz sollten sich die Faktenfinder-Redakteure insbesondere in Bezug auf ihre aktuelle Veröffentlichung noch mal stärker ins Bewusstsein rufen Der Teaser des neuen Faktenfinder-Stücks ist die konsequente Fortsetzung des gewählten Titels Sie füllen Hallen, schreiben Bücher oder sitzen in Talkshows vermeintlicher Experten zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine Dabei gelten viele ihrer Ansichten in der Wissenschaft als abwegig oder ganz falsch Fragwürdig wird ersetzt durch vermeintlich und in absoluter Wortwahl wird behauptet, dass die Perspektiven von Ganser, Giro und Krone Schmalz in der Wissenschaft als abwegig gelten würden Um es vorwegzunehmen, im weiteren Verlauf des Artikels empuppt sich die Wissenschaft als drei semi-bekannte Professoren für osteuropäische Geschichte die mehr oder weniger offen erklären, dass außer ihnen eigentlich niemand als Experte gelten sollte Als Detail sei noch angemerkt, dass die sonst so ostentativ um Diversität und Quote bemühte Tagesschau hier ausschließlich männliche Professoren im besten Midlife-Crisis-Alter befragt die dann teilweise offensiv unter der Gürtellinie, minderwertig, und im Duktus verletzter Eitelkeit verbal über zwei Frauen herfallen Giro und Krone Schmalz In einem anderen Kontext hätte allein dieser Umstand zu einem Shitstorm geführt Zum Glück für die ARD stehen aber die Professoren auf der guten Seite im Kampf gegen die angeblich fragwürdigen Expertinnen Da heiligt der Woke Zweck auch schon mal die patriarchalen Mittel Die Expertise der Faktenfinder-Redakteure Damit wären wir bei den Autoren dieses Faktenfinder-Artikels Verfasst wurde dieser Beitrag von Carla Reweland und Pascal Sigelkow Beide Redakteure vereint der Hang zum Denunzieren Während Reweland auf Twitter und via entsprechende Faktenfinder-Beiträge Wie finanzieren sich Putin-Propagandisten versucht Der deutsch-russischen Bloggerin Alina Lipp den Spendengashahn zuzudrehen Startete Pascal Sigelkow seine Karriere beim ÖRR Indem er Maßnahmen kritischen Ärzten nachstellte In der Kurzbiografie beim SWR heißt es unter anderem über ihn Während seines Volontariats beim SWR hat er sich besonders im investigativen Bereich engagiert Bei Report Mainz und in der Recherche-Unit Dabei recherchierte er beispielsweise verdeckt zu Ärzten, die Corona verharmlosten Und ohne medizinischen Grund Atteste gegen das Tragen von Schutzmasken ausstellten Laut einem Blogbeitrag der FAZ war die jeweilige Faktenfinder-Redakteurin Reweland Zuvor neben ihrer Tätigkeit für den NDR Hamburg auch als freie Referentin bei der Amadeo Antonio Stiftung tätig Welche mehrere, um im Vokabular des Faktenfinders zu bleiben, fragwürdige Denunziationsportale unterhält Reweland studierte laut Selbstdarstellung auf der Seite der Hamburger Media School Kulturjournalismus Als einzige Auslandserfahrung wird auf Indien und Surinam verwiesen Diese Information ist nicht völlig irrelevant, wenn man bedenkt, dass diese Faktenfinder-Redakteurin Mittlerweile regelmäßig zu Russland-Ukraine-Themen schreibt Und wie im aktuellen Fall gestandenen Korrespondenten wie Krone Schmalz Oder auch Historikern wie Daniele Ganser fehlende Expertise zu einer Region vorhält Mit der sie sich selbst vor dem 24. Februar 2022 nachweislich kaum beschäftigt hat Ihr Co-Autor Segelkopf erreichte im Februar 2023 einen gewissen Bekanntheitsgrad Weil er das Kunststück fertigbrachte, die Recherchen von Samor Hirsch zur Nord Stream-Zerstörung völlig falsch zu übersetzen Er machte aus der Verbalkonstruktion To Plant Shaped C4 Charges, also Platzieren von C4-Hohlladungen Ein Substantiv, Sprengstoff in Pflanzenform Und befragte dazu extra einen Sprengstoff-Experten, der dann auch ausführlich in einem ganzen Unterkapitel Des entsprechenden Faktenfinder-Artikels erklären durfte, wie abenteuerlich die Behauptung von Hirsch sei Dass angeblich Sprengstoff in Pflanzenform eingesetzt wurde Selbst beim meiststaatskonform berichtenden Nachrichtenportal T-Online Sei man sich danach gezwungen zu titeln ARD blamiert sich mit Übersetzungsfehler Sigelkoff gibt in seinem Xing-Account übrigens selbstbewusst an, Englisch fließend zu beherrschen Dieser haarsträubende Fehler und die darauf aufbauende haltlose Verleumdung von Hirsch wurden bis zum heutigen Tage von der Tagesschau-Redaktion nicht aufbereitet Das prangert mittlerweile auch der damals von Sigelkoff befragte Sprengstoff-Experte David Domian an und fordert vor dem Hintergrund des intransparenten Umgangs der ARD mit dem Vorfall eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Neben Englisch scheint der Faktenfinder-Autor aber auch mit deutscher Grammatik auf Kriegsfuß zu stehen Das Online-Portal Telepolis weist beispielsweise in einem Artikel mit dem Titel Wie die ARD Faktenfinder Realität im Nachrichtentext bewertet nach, dass Sigelkoff regelmäßig in seinen Beiträgen Verbmodi durcheinander bringt Soviel zur Expertise der selbsternannten Faktenfinder-Redakteure der Tagesschau Widmen wir uns nun dem von Ihnen verfassten Machwerk Drei kaum bekannte Historiker als Kronzeugen gegen Gansa, Gyro und Krone-Schmalz Zunächst führen Reveland und Sigelkoff den Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel Frithjof Benjamin Schenk an, der erklären darf, dass Gansa keine eigene Forschung oder wissenschaftliche Publikationen über die Ukraine vorweisen könne Das mag in der Eingrenzung auf wissenschaftliche Publikationen sogar stimmen Wirft man allerdings einen Blick auf die Publikationsliste von Professor Dr. Schenk, dann fällt aus, dass er zwar durchaus interessante Veröffentlichungen wie zum Beispiel Das hindert Schenk aber nicht daran, wie er Faktenfinder zu erklären, dass sich Gansers Thesen zum russischen Angriffskrieg stark von dem unterscheiden, was aus Sicht vieler Osteuropahistoriker Das ist ein Argumentationsmuster, dessen sich auch die anderen vom Faktenfinder befragten Historiker bedienen Was Gansa, Gyro und Krone-Schmalz erzählen, sei kein Konsens in der deutschen Osteuropawissenschaft, ergo sei es falsch Gansa zweifelt offizielle Untersuchungsergebnisse an Abschließend wird Schenk mit der Aussage zitiert Ein dezidierter Anti-Amerikanismus ziehe sich wie ein roter Faden durch die gesamten Arbeiten Gansers Das Faktenfinder-Autoren-Team ergänzt diese Behauptung mit dem vielsagenden Satz Denn Gansers bisherige Bücher beziehen sich größtenteils auf die USA und die NATO So zweifelt er zum Beispiel die offiziellen Untersuchungsergebnisse zum 11. September an Da zweifelt jemand tatsächlich offizielle Untersuchungsergebnisse an Also wirklich, wenn sowas Schule machen würde Man bedenke nur, Journalisten würden offizielle staatliche Untersuchungsergebnisse etwa zum Mord an John F. Kennedy, den Massenvernichtungswaffen im Irak oder zum NSU-Komplex hinterfragen Der selbsternannte Ukraine-Experte aus Tübingen Danach bekommt Klaus Gestwa, derzeit Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte an der Universität Tübingen seinen Auftritt beim Faktenfinder Gestwa hat ebenso wie Scheng vor dem 24. Februar 2022 keine einzige Publikation zur Ukraine vorzuweisen wie ein Blick auf seine Publikationsliste bezeugt Das hindert ihn aber nicht daran, sich aktuell als Ukraine-Experten zu verkaufen Eine Selbstvermarktung, die von zahlreichen deutschen Medien gerne und völlig unkritisch aufgegriffen wird Befragt man hingegen ehemalige Studierende Gestwas Der Autor dieser Zeilen studierte in den 2000er Jahren in Tübingen und verfügt daher noch über entsprechende Kontakte ergibt sich ein ganz anderes Bild, als dieser derzeit von sich selbst zeichnet Gestwa kommt aus der Wirtschaftsgeschichte Seine Doktorarbeit ging über die Proto-Industrialisierung in Russland von 1741 bis 1932 und er hat sich nach übereinstimmender Erinnerung der befragten ehemaligen Studierenden am Osteuropa-Institut nie für die Ukraine interessiert Im Gegenteil, Magister und Dissertationsprojekte, die sich nicht mit Russland, sondern mit der Ukraine beschäftigen hätte er, so die Befragten, oft belächelt und mit offenem Desinteresse behandelt All dies hindert den Wirtschaftshistoriker nicht daran, gegenüber dem Faktenfinder laut Hals zu verkünden dass es gleich auf mehreren Ebenen falsch sei, wenn Gansa von einem Putsch gegen den früheren ukrainischen Präsident Viktor Yanukovic spreche Und einem Putsch versteht man, dass politische Funktionsträger, meistens das Militär oder der Geheimdienst die Möglichkeit einer instabilen politischen Situation nutzen, um an die Regierung zu kommen Somit stimme das Wort Putsch nicht mit den Geschehnissen des Euromaidans überein Denn der Euromaidan sei laut Gästwa die größte demokratische Massenbewegung in Europa seit 1989 gewesen Doch hält diese Darlegung und Definition einer Überprüfung stand nicht im Mindesten Zunächst lässt sich festhalten, dass Militärs und Geheimdienstler, im Gegensatz zur vorgelegten Definition des Tübinger Historikers sowohl in der Politik wie auch in der Geschichtswissenschaft nicht als politische Funktionsträger gelten Sie sind, zumindest offiziell, weder Teil der Exekutive noch der Legislative Nimmt man den Verweis auf Militär und Geheimdienst weg, dann wiederum deckt sich die Putschdefinition von Gästwa genau mit den Vorfällen zwischen dem 21. und 23. Februar 2014 Nach der damals gültigen ukrainischen Verfassung, Artikel 108, konnte die Amtsperiode des Präsidenten nur aus vier Gründen vorzeitig beendet werden Wegen Rücktritts, aus gesundheitlichen Gründen, im Zuge eines Amtsenthebungsverfahrens und wenn der Amtsinhaber verstirbt Keiner der vier Gründe traf auf die Absetzung von Janukowitsch zu Weder war er zurückgetreten noch schwer erkrankt Und ein Amtsenthebungsverfahren hatten die Oppositionsführer Vitali Klitschko, Arsenje Jatsenyuk und Olek Caniborg auch nicht durchgeführt Selbst ein Faktencheck des Spiegels zu der Thematik kommt zu dem Ergebnis, dass der Sturz von Janukowitsch verfassungswidrig war Das Hamburger Magazin bezugnehmend auf eine entsprechende Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin schließt seinen Faktencheck mit dem Satz Betrachtet man den Präsidentschaftswechsel in der Ukraine rein juristisch, hat Putin recht Fassen wir zusammen Die damaligen Oppositionsführer Klitschko, Jatsenyuk und Tianyebok nutzten die instabile Situation Ende Februar 2014 um, ohne verfassungsgerichtliche Grundlage, den amtierenden Präsidenten abzusetzen und eine neue Interimsregierung zu installieren Wie lautete noch gleich die Putsch-Definition von Gestwa, mit der er angeblich Gansas Darlegung widerlegt? Unter einem Putsch versteht man, dass politische Funktionsträger, dazu zählen natürlich auch Oppositionspolitiker, die Möglichkeit einer instabilen politischen Situation nutzen, um an die Regierung zu kommen Gegenüber dem Faktenfinder führt Gestwa dann weiter aus, dass auch die Behauptung Gansas, Janukowitsch sei gestürzt worden, faktisch falsch sei Mit dieser Aussage lehnt sich Gestwa ganz weit aus dem Fenster, denn nicht nur Ganser, sondern auch die gesamten westlichen Leitmedien wie die New York Times oder auch die Zeit, beides verlinkt, sprechen in diesem Zusammenhang von Sturz Um den Eindruck, ob der intellektuellen Verfasstheit des Tübinger Geschichtsprofs abzurunden, sei auf eine Aussage bei einer Podiumsdiskussion am 15. März in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart verwiesen Dort bezeichnete er in seiner Eigenschaft als Direktor des Osteuropa-Instituts der Universität Tübingen den Schweizer Historiker öffentlich als Putin-Troll auf Globuli sowie Friedensschwurbler Ulrike Giro und ihre angeblich minderwertige Quellenauswahl Nach Ganser wendet sich der Faktenfinder der Politikwissenschaftlerin Ulrike Giro zu Eingangs erklären die Redakteure, Giro hätte ebenso wie Ganser speziell zur Geschichte Russlands oder der Ukraine keine wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, um sich dann darauf aufbauend zu beschweren Man fragt sich umgehend, ob den Faktenfinder-Redakteuren die Implikation ihrer Aussage bewusst ist Wenn in die Talkshows von ARD und ZDF, Adamafeer, Maischberger etc. nur noch Personen eingeladen werden dürften, die wissenschaftliche Publikationen in dem jeweilig zu diskutierenden Themengebiet vorzuweisen haben Dann dürfte so gut wie kein Bundestagsabgeordneter, Unternehmer oder Fridays-for-Future-Aktivist mehr als Gast zu sehen sein Und auch nicht die ausführlich vom Faktenfinder zitierten Osteuropahistoriker aus Basel und Tübingen Denn die haben, wie bereits aufgezeigt, speziell zur Geschichte der Ukraine bis 2022 nichts vorzuweisen Um die Politikwissenschaftlerin und Publizistin weiter zu diffamieren, wird dann Martin Aust, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn, in Stellung gebracht Dieser verfasste seine Doktorarbeit über adlige Landstreitigkeiten in Russland, eine Studie zum Wandel der Nachbarschaftsverhältnisse 1676 bis 1796 Und hat, wie auch seine zuvor bereits zitierten Kollegen, vor dem 24. Februar 2022 kaum zur Ukraine geforscht und publiziert Schwerpunkte bei allen drei Historikern waren bis 2022 Russland in der Zarenzeit und die Sowjetunion Das hindert aber auch aus, nicht daran, sich als Ukraine-Experte zu verkaufen Das führt in seinem Fall zu geradezu absurden Äußerungen So wirft er Giro vor, dass sie die These verbreite, das große strategische Ziel der US-amerikanischen Außenpolitik sei es Russland und die Europäische Union voneinander zu entfremden und das Instrument dafür sei die Ukraine Diese These sei ein Beleg, dass die Politikwissenschaftlerin auf mehreren Ebenen nicht mit der Thematik vertraut ist Gegenüber Faktenfinder erklärt Aust weiter Das übersieht auf Seiten der USA, wie stark sich dort der Fokus auf China gerichtet hat Und wie sehr Europa für die US-amerikanische Außenpolitik an Bedeutung abnimmt Dieser Einschätzung von Aust stehen zum einen die von den USA offiziell eingeräumten Zahlungen bis 2014 des US-Außenministeriums und der USAID an die ukrainische Zivilgesellschaft in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar entgegen Die Zeit titelte dazu im Mai 2015 Haben die Amis den Maitan gekauft? Zum anderen spricht auch die enorme Höhe an US-Militärhilfe für die Ukraine, welche mit rund 50 Milliarden US-Dollar, Stand Januar 2023, fast dem Umfang des gesamten russischen Militärhaushaltes entspricht, gegen die These von Aus und für die von Giro's Zudem gibt es zahlreiche Aussagen US-amerikanischer Politiker und Geostrategen, welche die These von Giro untermauern Am bekanntesten ist wohl die Rede eines der renommiertesten US-Geostrategen George Friedman Dieser erklärte beispielsweise bei einer Rede vor dem Chicago Council on Global Affairs, einem transatlantischen Think Tank Der Deutschlandfunk schreibt dazu Der Bonner Historiker greift dann noch tiefer in die sprachliche Eskalationskiste und wirft Giro vor, ihre Publikationen hätten eine minderwertige Quellenauswahl Weiter führt er aus Der Anmerkungsapparat erweist sich als ein dünner Aufguss von einigen Zeitungsartikeln, Internetseiten und publizistischen Texten Wissenschaftliche Publikationen zu den einschlägigen Themen des Buches werden bis auf seltene und höchst selektive Ausnahmen nicht zitiert Weder Aust noch die Faktenfinder-Redakteure nennen einen konkreten Buchtitel, auf den sich dieser Vorwurf beziehen könnte Vermutlich spielt Aust aber auf den von ihr und Hauke Ritz verfassten und im Westend Verlag erschienenen Essay-Band Entspiel Europa, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können, an Hier zeigt sich die manipulative Perfilität des Vorwurfs von Aust, denn ein Essay hat per Definitionem gar keinen streng wissenschaftlichen Anspruch Die Formalität des Essays ist dabei nicht auf die Kriterien wissenschaftlicher Methodik angewiesen, sondern beruht primär auf subjektiven Erfahrungen und Urteilen des Autors-Essays über die zu behandelnde Thematik Abschließend darf Aust dann noch den Diffamierungsklassiker von sich geben, das Gero der russischen Propaganda völlig in die Kartenspiele Krone Schmalz und der wissenschaftliche Konsens Last but not least arbeitet sich der Faktenfinder noch an der langjährigen Moskau-Korrespondentin der ARD Gabriele Krone Schmalz ab Zunächst wird sie etwas sanfter angefasst, nur um dann mit umso härteren Vorwürfen überschüttet zu werden In dem ihr gewidmeten Kapitel heißt es eingangs Etwas differenzierter sei die ehemalige ARD-Russland-Korrespondentin Gabriele Krone Schmalz zu betrachten, sagen die Experten Anders als bei Gero und Ganser kokettiere sie nicht mit den extremen Rändern und Verschwörungsideologen Doch gleich danach heißt es in dem Faktenfinderartikel, dass auch Krone Schmalz mit ihren Ansicht zum Teil stark vom wissenschaftlichen Konsens abweiche und zudem die russischen Gräueltaten relativiere Bereits der erste Vorwurf ist vielsagend Hier wird im Faktenfinderartikel behauptet, Krone Schmalz würde von einem wissenschaftlichen Konsens abweichen Doch wer bestimmt eigentlich, was wissenschaftlicher Konsens ist? Und in welcher Fachrichtung? Die drei zitierten und bisher kaum bekannten Osteuropahistoriker, die vor Februar 2022 zudem selbst kaum zur Ukraine geforscht und publiziert haben? Ebenso bezeichnet ist dann die nächste Aussage von Aust in Bezug auf Ganser, Gero und Krone Schmalz Das grundlegende Problem, das wir bei solchen Leuten haben, sie versuchen sich in einer Schuldumkehr Sie versuchen herauszuarbeiten, dass nicht Putin an allem schuld ist, sondern dass der Westen zumindest auch eine große Position schuld trägt Für den Bonner Osteuropahistoriker ist es also bereits ein grundlegendes Problem, wenn ein Historiker wie Ganser oder eine Politikwissenschaftlerin wie Gero darauf hinweisen, dass Putin nicht an allem schuld ist Dieser hier von Aust formulierte völlig undialektische Absolutheitsanspruch, dass nur eine einzige Seite die alleinige Schuld am aktuellen Krieg in der Ukraine trüge, zeugt von einem erschreckenden Unverständnis wissenschaftlichen Arbeitens in den Geistes- und Sozialwissenschaften Aust, der sich anmaßt, anderen die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, offenbart damit, wer hier in Wirklichkeit die größeren Defizite aufweist Doch nicht nur Aust leistet sich durch seine Aussagen gegenüber Faktenfinder einen Offenbarungsei zum Zustand der Osteuropaforschung in Deutschland Fast noch gravierender aus wissenschaftlicher Sicht sind die abschließenden Darlegungen des Direktors des Instituts für osteuropäische Geschichte an der Universität Tübingen Gegenüber dem Faktenfinder erklärt dieser am Ende Es geht Putin im Wesentlichen um den eigenen Machterhalt Putin konnte nicht als Modernisierer oder Reformer Geschichte schreiben, weil er seine Oligarchie unterstützen musste Deshalb will er es unbedingt als Eroberer und als Feldherr schaffen Erneut lässt sich dasselbe Phänomen wie bei seinem Kollegen aus Bonn beobachten Anderen vehement die Wissenschaftlichkeit absprechen, aber selbst auf Basis reiner Küchenpsychologisierung argumentieren Und es wird noch besser Gestwar führt dann nämlich weiter aus Aus diesem autoritären Regime Putins heraus erwachse automatisch so etwas wie eine äußere Aggression Die sich dann auch in Kriegsaktionen niedergeschlagen habe Automatisch ist wohl der mit Abstand unwissenschaftlichste Begriff überhaupt Der sich für die Beschreibung von politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen finden lässt Der zumindest dem Titel nach führende Osteuropa-Forscher der Leuchtturm-Uni Tübingen Tut aber genau dies und versucht uns via Faktenfinder Geschichte als Automatismus zu verkaufen Deutsche Osteuropa-Forschung gemeinsam mit dem Faktenfinder am Abgrund der Glaubwürdigkeit Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte